Hallo und herzlich willkommen zur Gewinnspiellauflösung an diesem wunderschönen Montagabend. Ich bin total begeistert von euch, immer noch wegen diesen 100 Abonnenten. Ich bin jetzt schon bei 125 Abos. Krasser Scheiß, unfassbar so im Moment für mich. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so viel wird. Ja, es haben, passt auf. Äh, 183 Leute meine Videos geguckt, mein Video geguckt, ja. Zwei Pussys haben gedisliked, so, deren Meinung, gebe ich einen Fick drauf. Ähm, 20 Leute haben einen Daumen nach oben gegeben und 69 Kommentare. Und die 69 Kommentare sind von 43 verschiedenen Leuten entstanden. Hier habt ihr alle fucking Namen. Ja. Da sind ein paar Bekannte dabei. So, Awesome Mimi, habe ich ja letztes Vorstell mit gehabt. Schneeengel hatte ich jetzt, das letzte Vorstell mit. New York Sings, ein guter Kollege von mir. Ansgret Retro IP, äh, der Name ist mega geil, bin ich aber leider nicht. Marcel habe ich vorgestellt auf einem anderen Kanal. Ja, warum nicht? Miss Broken Diamond. Ähm, Zombies, ein guter Kollege von mir. Der Dragon kennt ihr alle aus meinen, äh, Battlefield-Folgen. Ähm, die alle kenne ich gar nicht. Dann haben wir hier Ferris. Und, ja, ganz viele Unbekannte auf einmal. Aber, finde ich geil. Und, ähm, deswegen, äh, ziehen wir das Gewinnspiel jetzt durch. So, ich habe hier einfach mal so einen Zufallsgenerator, der sagt hier, eine Zufallseite zwischen 1 und 100, das ist falsch, 1 und, war doch nicht jetzt gesagt, 43. So, Leute, dann sage ich mal, generieren in 3, 2, 1. Und der Gewinner mit der Nummer 21 ist Dimitri Domke. Okay, dann schon mal herzlichen Glückwunsch, was du gewinnst, äh, erzähle ich dir erst gleich. Haha, weil ich will den anderen ja nicht die Spannung wegnehmen. So, dann generieren wir nochmal die zweite Zufallszahl. Die 13. Unskilled Retro-LP. Chaka. Ha, 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 geil. Okay, ähm, ja, Unskilled ist, äh, jemand, mit dem ich eigentlich, äh, ziemlich lange schon schreibe. Ähm, er macht, wie schon der Name sagt, Retro-Let's-Plays und, ähm, schaut einfach mal rein. Mega geil. Also, äh, ich feiere den Typen. Viel Spaß mit den Spielen. Und Gewinner Nummer 3 ist die Nummer 16. Beast-Roman ist der dritte Gewinner. Ähm, damit ihr die Spiele kriegt, äh, schreibt mir kurz auf YouTube eine Nachricht, äh, mit eurer E-Mail-Adresse. Damit ich weiß, äh, am wenig die Spiele senden soll. Es gibt zu gewinnen das Humble-Bundle mit Alpha-Protokoll, Company of Heroes, Rome, Total War, Hellia, Wrath of, Wrath of the Dead, Rabbit. Alpha-Protokoll, muss ich sagen, ganz fettes Spiel, so. Company of Heroes, eins der geilsten Strategie-Militär-Spiele der fucking Erde. Und Total War ist einfach, ähm, Age of Empires spielen Kinder, Total War spielen die Erwachsenen. Ja, eins der geilsten Strategie- und Aufbauspiele der Welt. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tut mir leid, so die, die nicht gewonnen haben, aber ich denke mal, es werden noch ein paar Gewinnspiele folgen. Ähm, ja, ich bin immer noch begeistert. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Spielen und, äh, haut da rein. Ich bin jetzt! Vielen Dank.